Und da sind wir wieder bei The Walking Dead und heute müssen wir den Generator mal manipulieren. Genau, das funktioniert nämlich wie ein Schraubenzieher. Okay. Tja, Lee kennt sich da nicht so ganz aus. Also müssen wir jetzt erst ausschalten. Tja, das ist es. Also müssen wir ganz schnell reingehen und hoffen mal, dass wir nichts Böses hinter dieser Tür finden. Oder werden wir etwas Böses hinter dieser Tür finden? Ich bin mir nicht sicher. Aber Kenny hat ja so eine Vermutung. So, dann lass uns... Okay, dann wollen wir mal die Tür benutzen. Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Okay, jetzt schnell. Denn ich fürchte... Jetzt hab ich das... Jetzt müssen wir das schnell lösen. So. Ach du Scheiße. Boi, didn't you hear the bell? Dinner time. Uh... What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So, you see, nothing to worry about. Okay. Das würde er es eigentlich erklären. Aber ich bin immer noch ein bisschen misstrauisch. Ist es wirklich nur die Jagd? Hohohoho, Brenda! Du bist ein Angel! Oh Gott! Entschuldige mich, wir mussten die Rückseite blockieren, nachdem ein Walker kam. Das war's nicht so gut. Das war's nicht so gut. Das war ein Mal. Das war ein Mal. Und ich habe noch nie wieder in der Mitte. Ich bin schon wieder in der Mitte. Everybody sit down. Und ich gehe das Essen. Oh! Das ist ein Geheimnis! Ich könnte ein Geheimnis essen. Ich könnte ein Geheimnis essen. Wo ist Mark? Wo ist Mark? Jetzt, keine Angst vor ihm. Ich habe ihn schon wieder gebracht. Ich habe schon ein Essen auf. Du kannst ihn auf. Du kannst ihn auf. Du kannst ihn auf. Gehen wir ins Bad? Nein. Wo geht's hier hin? Rasierschaum, Box, Kompressen. Hm. Die Hände können wir uns nicht waschen. Aber wir können nach oben gehen. Und was ist das hier für eine... Spur. Wir können ganz langsam nach oben. Es ist auch recht leise. Was mir ein bisschen Sorgen machen will. Wo geht's hier hin? Oder was ist hier mit? Wo geht dieses Kabel hin? Hm. Musty as hell. Was do they need so much morphine for? I guess someone needed some first aid recently. Candles. Smart. Hm. Hm. Ehh. Was ist das Ding? Sieht aus wie ein paar Medikamenten in hier. IV-Tubes, Saline. Was würden die Kabelvergänger mit diesem kinder Ding brauchen? Hm. Wo geht das Kord? Wir können es verbinden. Hm. Oh, jetzt leuchtet da etwas. Haben wir ein Licht angemacht? Wo führt das hin? Flecken. Ist das Blut? Sollte ich hier nicht eigentlich... The hell is Mark. But Brenta said he was up here resting. Oh oh. Oh oh. Farm books, cook books. Nothing out of the ordinary here. Oh oh. Oh. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. Ach, du scheiße. Lee. Ah. Mark. What the hell happened? Brothers. What the hell happened to your legs, man? Don't. Eat. Dinner. Hey. Did you follow him? This song is terrible everyone ever met you? No. You can tell him your barbecue meat. Clementine. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Ach du scheiße. It's... People. What? Huh? Yes, Lee. It's all people in here. Sit down. Your suppers get cold. Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a medium. Oh nein. Yeah, Lee. What's gotten into you? Oh nein. He just had a start. He could use some goddamn manners. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? Ridiculous. You're scaring the kids, Lee. Lee? What the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Just let us go. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere! We got lots of use for y'all right here. What the fuck? Put your guns down! We're walking out of here! Mommy, I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay. Lee? Lee? Let go of her, you son of a bitch! Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Oh, God. Oh, God. Someone. Oh, God. Oh, God. Oh, crap. Es war eine Person. Ich habe Fleisch von einer Person gegessen. Das bedeutet, dass ich mich zu... Nein, Clem. Es funktioniert nicht so. Wenn er uns in der Zeit stoppt hat... Komm schon, Vater. Jetzt ist nicht das Zeit. Du bist okay, Clementine? Sie... Sie haben dich nicht verletzt, haben Sie? Nein. Lee, diese Psychos haben meine Familie, und wir sind in einer verdammten Fleisch-Locker. Wir müssen hier raus. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Es wird okay sein. Ich werde einen Weg nach hier herausfinden. Sie sind schlechter als die Walkers. Vater, bitte! Ich werde nicht aufhören. Wir werden einen Weg nach hier herausfinden. Kann ich helfen? Ja, lieb. Du hast deine Augen öblich für die Schrauben oder die Schrauben. Alles, was wir können? Wir können einen Weg nach hier herausfinden. Okay. Bitte, aufhören Sie! Ich werde deine Hände aufbauen! Ich werde dich schrauben sie! Komm mal, Larry. Du willst wirklich aufhören? Ja. Ich will aufhören sie aufhören. So ich kann fucking kill sie! Ich glaube, dass deine neue Freundin nicht all sie war. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? gern fand dein Herz? Sie haben einen Scheiss! Sie sind als ein Schrauben! Sie müssen wirklich auszuhalten! Sie sollten mich weinen. Aber du sagst, was du? Sie sind mit mir enthalten. Ich bin mir da draußen! Wenn er so weitermacht, dann kriegt er eventuell noch einen Anfang, dann haben wir ein richtiges Problem. Was haben wir hier, ein Regal? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dad? Oh Gott. Okay,tag licen uncle. Wenn er gebt... Wie gesagt. Wie ich arbeite? Wie gesagt. Ich weiß nicht mehr, was du gesehen hast, was du gesehen hast, was du gesehen hast? Was hast du gesagt? Lilly, ich bin sorry, ich wirklich, wirklich bin. Aber in ein paar Minuten, wir werden uns in eine Locked Runde mit einem 6'4", 300 lb, wirklich verletzten Mannes tot. Fuck you! Wir können ihn zurückbringen! Lee! Wir werden ihn später verraten. Aber jetzt müssen wir ihn zurückbringen. Nein! Verdammt, Kenny! Er ist nicht tot! Lilly kann ihn noch immer wieder retten. Ich wünsche sie, ich glaube. Aber dieser Mann ist tot. Wir wissen beide, was passiert. Kenny, hör auf! Ich glaube nicht, was du gesagt hast, was du gesagt hast, wenn du alle gedacht hast, dass du Duck war. Ich mache das gleiche. Nur Duck war nicht. Und wir wissen, dass dieser Mann nicht zu machen. Erinnern was, was Ben gesagt hat. Wir müssen den Gehirn verraten. Kommt, Lee! Du kannst nicht in der Mitte sein. Du musst meine Rückseite machen. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihm helfen. Warte auf! Warte auf! Warte auf! Du bist richtig, Kenny. Wir gehen das weg. Du verdammte Monster! Beide von euch! Ich will nicht sehen! Ich bin sorry, Lilly. Das ist der einzige Weg. Geh auf mich! Nicht das! Nein! 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 Wir müssen weg. Nein! 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 Oh Gott. Das ist nicht schön. Nein! Oh Gott. Aber er war tot. Aber du musst jetzt stark sein. Ich brauche dich stark sein. Denk an etwas anderes, etwas hoffentliches. Wie was? Geh raus. Wir werden raus, oder? Du hast einen Weg raus gefunden? Ich arbeite daran. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin.